Bist du sehen, wie ich mir eine Karotte in den Hintern schiebe? Ja! Waaaah! Du hast mich erst mal Eiergelenkraft! Du hast gesagt! Der Hund! Das ist genau der Kanaka mit der roten Jacke, ist ja mein Flash vor der Kamera. Freunde, ich war in dieser Folge einfach als eine Frau unterwegs. Ähm, diese Erfahrung war lustig so, kann nicht darauf verzichten, war in Ordnung. Kann man machen so, für 1-2 Aufnahmen. Aber diese ganze Schminke und so ein Scheiß Ich verstehe gar nicht, wie Frauen das einfach machen können mit Schminke Wenn man jetzt ehrlich, oder? Ich glaube, du läufst jeden Tag mit dieser Scheiße im Gesicht rum Das ist ja eklig Das ist verdammt ekelhaft Auf jeden Fall, lass ein Like auf diesem Video da Falls du kein Abonnent bist, abonniere meinen Kanal Und folge immer auf Instagram Dann mache ich immer wieder Umfragen Und suche eure Beichten für Videos oder bla 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 Da können wir sehr viel mit interagieren Ich habe auch einen Discord, das kannst du in dem ersten Link Oder zweiten Link, keine Ahnung, guck einfach in der Beschreibung Oder da ist mein Discord-Link So, ich will ganz viel labern Schwestern auch Vor allem Schwestern Viel Spaß mit dem Video Ja? Das ist gut, ne? Das ist gut, ne? Warum machst du jetzt? Hast du einen Zaun? Julia, was jetzt? Was geht? So eine Träne hast du Was möchtest du? Nein! Was ist der nicht? Leute, woran habt ihr mich denn erkannt jetzt? Ah stimmt, das ist egal Sechs Regale, Alter Sechs Regale, Alter Mir fällt auch gerade mal Aber Jungs, sieht gut aus, oder was? Ja! Kann man machen, oder? Was? Hä? Ah, die rechte Nummer Ich habe gerade mal ein Video von ihm geguckt Jetzt müsst ihr erraten, wie ich heiße Was geht? Willst du sehen, wie ich mir eine Karotte in den Hintern schiebe? Wie bitte? Willst du sehen, wie ich mir eine Karotte in den Hintern schiebe? Ja Du kannst auch sagen, wie tief Was? Du kannst auch sagen, wie tief Ja, okay Du machst das ja wirklich Alter Alter Was war mit dem? Hast du gelassen, Junge? Nein, ich lasse, ich sehe, ich habe eine Karotte in den Hintern schiebe, was? Alter 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 Ey, Junge, da hat aber Flair auf jeden Fall einen Konkurrent am Start Hi Guten Abend, wie geht's? Wohin des Weges? Bitte? Wohin des Weges? Momentan war ich gerade Pause an der Tankstelle Hm, woher kommen wir denn? Äh, aus der Nähe von Gießen bei Frankfurt Und du? Hm, aus Düsseldorf Na, das sind natürlich ein paar Meter Leider Ja Du hast aber hübsche, hübsche Zähne Danke Was machst du heute Abend noch so? Gar nichts, dann mal nur doof Und du? Äh, puh Gerade jetzt kurz Pause und dann geht's nach Hause, ja Hm, kannst ja gerne vorbeikommen, wenn du willst Ich bin alleine Ach, Düsseldorf Ja, noch nicht Das würde ich ein paar Meter Ja, noch nicht Noch nicht Okay Was machen wir dann? Schönes? Was du möchtest Ich bin nur offen für alles Oh, das hört sich sehr gut an Ja Hm Dann schick mir doch mal deine Adresse Ja Oder ich geb dir meine Handynummer Ja Dann notier doch mal Du kannst mir gerne hier in den Chat reinschreiben Oder ich mach es einfach Nenn die mal bitte Äh, zum Schreiben hab ich grad nix, dann kriegst du meine Nummer Ja Gib mir deine Nummer Ah, okay, hast du mir geschickt Wie heißt du denn? Jo Markus Wie? Markus Markus Markus, okay Jo Wie heißt du? Krieg ich denn noch ein Küsschen oder was? Klar Ich nutze dich auf deinen Schwanz, wenn du willst Baby Geil, korrekt Viel Spaß noch, Markus Erstmal, dass ich Eier geleckt hab Ach, Mann Baaah, dass ich erstmals schon Eier geleckt hab Du hast gesagt? Der Hund War, Alter Warum sind alle so schwul heute hier, Alter? Ja, genau Ah, meine Hunde, Dickelkäfer Boah, ich seh grad aus wie so ne Transe, Digga Ah, 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 warte mal, warte mal, ah Hält das fest, Alter Hältst du was fest? Ah, what the fuck Langsam, die sind teuer, einfach Warte mal, warte mal, warte mal, schimm mal Ah, du so ne... Pass auf, die sind teuer, Junge Pass auf Oh mein Gott Oh Und das machst du jeden Tag, oder was? Ja Oh, du bist doch kein Mensch, Digga Digga Das tut mega weh, ohne Scheiß, Mann Ich will keine Frau sein Ich schwör's dir Du hast mein Kopf gefickt, was will ich sind? Das ist eklig Was machst du heute mal hier so? Äh, um ehrlich zu ihm ist einfach langweicht, schon mit nem Kumpel im Discord Ja Und der schaut zu und, äh, ja Ich bin nur kurz an deinem Kumpel Hast du gehört, Marvin? Ah, geil Aber, ich dachte schon so, hä, voll das komische Vibe, irgendwie so übel frei, so hä Ja, ne, ich kann das nicht machen, ich muss irgendwie mal ein Dünneres vor die Kamera stellen, also Benni Ich kann's vielleicht noch hinkriegen, so Du kriegst es auf jeden Fall hin, Alter, aber ich bin ja so ein Missgeburt, Digga Ich hab so extra schwarz angezogen Licht ausgemacht, Alter Aber es... Sieht einfach aus wie so ne Fette, Alter Alter, geil Alter, geil Einfach ne Fette Einfach am Start, Digga Ja, Mann Leute, Digga, spiel mal weiter dann, ne? Mann, hört sich, tschajaja Tschau, tschau Äh, äh, äh Wasalaamu alikum Ey, ich wollte gerade fokussieren, warum machst du so Faxen? Achso, ja, kannst du unschneiden Äh, mal gucken Schnellfreunde, hat euch das Video gefallen? Ich, äh Also ich sag euch ganz ehrlich, ne? Es war lustig so, in dem Moment so Ich hab jetzt leider die Hälfte der Aufnahme verkackt Da waren noch viel lustigere Sachen, aber ich hab ausgesehen Ja, ist verkackt, so ist egal Ähm, falls dir das gefällt und du möchtest, dass ich nochmal so als fette Frau auf Omegel unterwegs bin Äh, lasst mich das in den Kommentaren wissen Ähm, allgemein, ob dir das gefallen hat Ich fand das persönlich lustig, aber auch ziemlich krisch so Weil, weiß nicht, ich seh aus wie so eine übertrieben fette Dillara, Alter, die irgendwie notgeil ist, äh, ja Ausbruch Okay, ehrlich gesagt Ne, äh, auf jeden Fall abchecken Falls du nicht geliked hast, lass jetzt mal ein Like da Und abonniere meinen Kanal, falls du nicht abonniert hast Weil, wenn du mich jetzt nicht abonnierst und mein Content aber feierst Dann wirst du mich trotzdem nie wiederfinden, vielleicht, dann verlieren wir uns Und, weiß wie ich meine, das zwischen uns könnte voll gut harmonieren Also, abonniere jetzt meinen Kanal, Glocke aktivieren, kurz geht raus, bleib sauber Und, äh, nach dem, äh, 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 großen Geschäft, ne, Popo abwischen und mit Wascher, 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 Wascher sauber machen Das ist, äh, hygienischer Was, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Wohin, bitte!